Hallo liebe Happy and Fit Community, ich habe euch heute etwas Neues mitgebracht und zwar Athletic Greens. Ja und das wird mich jetzt in den nächsten vier Wochen begleiten, meinen Körper optimal mit Nährstoffen zu versorgen. Und ich bin tatsächlich viel unterwegs in den nächsten Wochen, viel Stress, viel Job, auch viel Sport und da ist das mit der Ernährung nicht immer so ganz einfach. Aber ich nehme euch mit und werde euch zeigen, wie es funktioniert. Deswegen seid dabei und seid gespannt. Hallo ihr Lieben, ich nehme euch heute mit in meine Küche und starte heute einen Test mit Athletic Greens. Das werde ich jetzt nehmen die nächsten vier Wochen. So sieht das Ganze aus. Das ist ein All-in-One-Supplement und da soll wirklich alles drin sein, was der Körper braucht. Vitamine ohne Ende, Mineralstoffe, Spirulina ist drin, Probiotika, Präbiotika. Also das für den Alltag. Super einfach, soll super schnell gehen. Was auch dabei ist, habe ich gesehen, fünf von diesen Traveler Packs. Also das ist natürlich für mich ideal, ich bin ja viel unterwegs. Und auch ein Jahresvorrat Vitamin D. Also ich bin gespannt und wir testen jetzt mal das Ganze hier in den Shaker rein. Das ist das Pulver, das habe ich schon mal umgefüllt hier in diesen Keramiktopf, der ist auch mit dabei. Und dann kommt es hier in diesen Shaker, auch der ist dabei. Ich bin jetzt mal gespannt, wie sich es auflöst und vor allem, wie es schmeckt. Und der Shaker ist natürlich auch super praktisch für unterwegs, mit diesen Traveler Packs. Also das werde ich sicherlich richtig gut nutzen die nächsten vier Wochen. So, und jetzt machen wir den Geschmackstest, natürlich auch wichtig. Erster Eindruck hat sich super aufgelöst und ja, also mir schmeckt es richtig gut. Das wird jetzt meine tägliche Morgenroutine für die nächsten vier Wochen. Und ich nehme euch natürlich mit und halte euch auf dem Laufenden, wie es mir damit so geht. Also, seid mit dabei und bleibt gespannt. Wie ihr seht, bei mir ist richtig viel los und wir haben jetzt Halbzeit im Test. Ich bin auch heute wieder unterwegs und wollte euch aber jetzt in meiner Mittagspause ein kurzes Zwischenfazit geben. Wie geht es mir mit Athletic Greens? Und ich muss sagen, mir geht es richtig gut. Ich habe richtig viel Energie und die nutze ich jetzt für eine kleine Laufrunde. Also, los geht's! Hallo ihr Lieben! Ja, die vier Wochen sind rum und mein Fazit definitiv. Mir geht es richtig, richtig gut. Ich fühle mich super wohl. Ich habe Energie und vor allem, trotz der Tatsache, dass die letzten vier Wochen wirklich, wirklich stressig waren, habe ich das Gefühl, mein Körper konnte mit diesem Stress super umgehen. Ich fühle mich wohl. Ich habe super geschlafen und auch die Regeneration, gerade auch nach den intensiven sportlichen Belastungen immer wieder zwischendrin, ist einfach super, super gut. Also, ich bin auf jeden Fall begeistert und für mich ist klar, ich werde definitiv weitermachen. Athletic Greens bleibt mein All-in-One-Supplement. Es bleibt mein täglicher Begleiter. Und was mich vor allem auch überzeugt, dass hier drin nichts Künstliches ist. Keine künstlichen Inhaltsstoffe, nichts aus dem Labor, alles aus der Natur. Und ja, das tut meinem Körper einfach richtig gut. Und für mich ist klar, vor allem langfristig auch eine super Geschichte, denn das Ganze unterstützt natürlich auch das Immunsystem, die Darmgesundheit, ja, Haut, Haare, Nägel. Das sind alles so Punkte, die sind mir auch super wichtig. Und vor allem, es ist super einfach. Ja, und wenn ihr jetzt neugierig geworden seid und sagt, Mensch, ich will das auch haben, ja, ich möchte das auch ausprobieren, dann habe ich natürlich jetzt ein richtig gutes Angebot für euch. Holt euch euren Monatspack Athletic Greens nach Hause. Eine schöne Keramikbox bekommt ihr auch noch mit dazu und natürlich den Shaker. Und exklusiv für euch habe ich noch etwas gratis on top, nämlich einen Jahresvorrat Vitamin D. Super, super wichtig auch für den Körper. Und, und das finde ich persönlich richtig genial und vor allem super praktisch, fünf von diesen Travel Packs. Und das ist natürlich zusammen mit dem Shaker richtig genial, denn dann habt ihr Athletic Greens auch in eurem Alltag immer mit dabei. Also, alles in allem ein super Paket, super easy. Was müsst ihr tun? Geht dazu einfach auf athleticgreens.com slash happyandfit oder ihr klickt auf den Link in der Videobeschreibung. Ja, und dann seid ihr dabei. Also, jetzt geht's los, holt es euch nach Hause. Ich wünsche euch ganz viel Spaß.